hallo ist martin von mannemann keys das werksanalyse für nun mittwoch den 7.06.2023 und unser dax war zum dienstag leute sportlich unterwegs wie noch zum montag wobei man das in anführungszeichen setzen muss aber herz mindestens oben an das ziel angebissen angesprungen daher das bild hier sinnbildlich dafür wir sehen die sportlich sportlicher als am vortag war es im grunde genommen ja nicht weil die bewegung war träger gewesen war wesentlich ruhiger gewesen wir haben auch auf den tiefs recht früh wirklich ein deutliches verteidigen sind also er hat zweimal versucht um dieses tief drunter zu stechen haben wir dann auch ein update gleich noch umgeschickt dass das ja eine stabilisierung in dem sinne ist man mag dann durchaus das potenzial hätte sich eben auch ein bisschen rauszudrehen auch wenn das natürlich mit vorsicht zu genießen ist so war auch der tenor gestern ein bisschen aus der analyse aus dem video dass die dass man das nicht ignorieren sollte dass wir jetzt wirklich den dritten montag ineinander schwach rein starten und dreimal jetzt montag dienstag mittwoch schwach hatten auch hier ja wir erinnern uns der dienstag letzte woche richtig gut reingekommen ist und dann doch wieder volle möhre umgekippt ist dass das kann ich oder wie soll ich sagen kann ich verstehen wenn leute hier ein bisschen motivierter short gewesen sind dabei rein technisch betrachtet ist kaum noch so verkehrt gewesen haben wir haben gestern auch gesagt wenn er hier früh dann schnell anspringt oder nicht früh schnell anspringt habe ich nicht gesagt aber wie gesagt wenn es sich hier oben rein rein dreht in die 16.000 1620 1640 da und er dreht von dort dann wieder runter wäre das sogar eher eine short vorlage und dass ich dass ich ich persönlich sogar dann bereit wäre mir vielleicht den ein oder anderen short vielleicht auch mal anzugucken ob ich den dann nicht noch ein paar wieder runter begleite eben bis in den gap close und noch weiter und das für mich aber der bereich hier oben wichtig ist da haben wir gesagt hier das ist die zone wo ich dann lange brille aufsetzen oder eben auch nicht mehr oder oder auf short brille wechsel shorts anziehe oder long brille aufsätze genauso rum aber ja das was er jetzt gemacht hat ist natürlich frech ich denke ja da relativ viele auch mit dem neuen tief erstmal auf dem short eingetriggert bekommen und hat natürlich damit jetzt auch wieder angriffsfläche nach oben wir haben gestern gesagt es ist untypisch für den dachs wenn er jetzt wirklich dreimal die gleiche nummer abzieht und ich mir das nicht vorstellen könnte und dass die bewegung ja auch an sich fertig aussah haben jetzt auch schon gesagt ich stehe nichtsdestotrotz respekt davor habe ich bin jemand der achtet auf regelmäßigkeiten wirklich das ist für mich chart ist für mich regelmäßigkeiten zu erkennen und wenn wir so was im nacken haben montag dienstag mit woch donnerstag runter und zweimal schon das drin haben und ich sitze beim dritten mal da und ich glaube nicht dass das noch mal passiert habe ich mich dahingehend schon so weit diszipliniert dass ich aber sage selbst wenn es dann trotzdem kommt ich trade das dann einfach auch wenn ich nicht glaube dass es passiert aber ich trade das dann einfach weil ich es mir nicht erlauben kann zu glauben und eine feste meinung im markt zu haben wohin ein markt muss oder nicht weil der markt am ende immer recht er macht es immer anders wie man es gerade haben wollte und wenn das genau so macht wie man es haben würde dann meistens wenn man nicht dabei ist und von daher war ich mit der einstellung früher immer nie gut dran und deswegen habe ich manche können das nicht verstehen dass wir da sitzen und quasi hier jeden tag gefühlt die hosen wechseln die unterwäsche wechseln jeden früh andere socken und andere schlüpfe anziehen manche finden das uncool aber es ist es geht nicht anders ja also nur so kann man hier irgendwie versuchen mit dem markt mitzuschwimmen ein bisschen geld suchen ich verstehe auch den einen oder anderen der auf swing ebene unterwegs ist der vielleicht einen trade hält der über mehrere wochen oder monate gehen kann aber für den das vielleicht auch eine tagesanalyse also wirklich eine analyse wo es nur um den nächsten tag geht vielleicht auch nicht das richtige der sollte sich vielleicht größere timeframes angucken oder der nimmt sich bei uns im premium dienst guckt sich nur die webinare anlässt den ganzen quark mit updates zwischendurch untertäglich einfach weg kann auch hilfreich sein also wenn ich auch mal unsere webinar route angucke wie die letztendlich jetzt auch schon wieder seit monaten durchklackert auch wenn es gewiss an manchen punkten immer wieder kleine scheitewege gibt wo man sagen kann okay das kann man in die ein oder andere richtung auslegen sitzen wir trotzdem seit mehreren webinaren immer wieder da und betonen diese long e möglichkeit auch saisonalität us-wahl vorwahl jahr und so weiter und so fort das haben wir alles die letzten wochen und monate so intensiv durchgekaut dass es mir eigentlich manchmal schon peinlich ist wenn heute hier auf der short seite zu viel verlieren weil die ansage klar in die andere richtung gegangen ist wo komme ich jetzt aber her wie bin ich jetzt hier drauf gekommen kurzfristig andere meinung und so weiter genau meinung wechseln jeden tag quasi anpassen den markt quasi unterordnen und eine neue orientierung suchen und so wird ich jetzt tatsächlich auch zum mittwoch meine gestrige doch eher negative betrachtungsweise etwas neutralisieren und mich nach oben öffnen aber eben genau das haben wir ja gestern auch angekündigt dass eben da ist der bereich ist wo ich mich dann wieder nach oben öffnen wird jetzt sind wir da wenn ich es nicht machen würde wäre ich halt auch blöd ja also warum soll ich mir vergessen was vornehmen was ich dann im nächsten was ich dann in diesem moment nicht einhalte deswegen würde ich hier knallhart einfach sagen okay wenn wir jetzt den bereich 16 20 16 40 hier eben rausnehmen nach oben nachhaltig und er bleibt da drüber steht schon oben auch mal drauf ab dann rechne ich damit dass wir der richtigen 16 1 20 gehen und dann bin ich auch fest davon überzeugt dass wir weitergehen 16 200 16 1240 das war hier aus tagsebene das obere band der obere bereich hier auch die tages kerze nimmt der vorherigen kerze vollkommen die butter weg hier also vollkommen die butter vom brot abgetragen kerzenkörper einmal ummantelt also das würde auch nach oben chance geben also zumindest mal das obere band ran hier 250 liegt es momentan 15 16.200 16 1250 das fände ich durchaus realistisch zum mittwoch wenn wir oberhalb 16 20 16 40 den knack rauskriegen kriegen wir den knack nicht raus und der knallt uns hier richtig nach unten rein legt sich früh auch deutlich unter die 16.000 könnte er durchaus versuchen in dies besagte erneute abwärtswellen dings aber noch reinrutschen und aber auch erst dann würde ich drüber nachdenken noch mal short reinzunehmen wenn wir jetzt wirklich hier abdrehen 16 40 16 20 wie wie besprochen am vortag wenn wir jetzt in dem bereich abdrehen und der liegt sich hier drunter gibt es unter 16.000 ein kleines schrott signal mit noch mal am ziel 15.000 915 15 1875 das kann man probieren ja aber das potenzial eines solchen trades wäre quasi hier eher nur als teilschritt zu sehen ja das heißt kriegt man hier ein short signal und der mag nimmt es auch wirklich ab und konnte das nicht einfach aus und er nimmt es wirklich an dann ist 875 und auch 700 ziel und als absoluter bonus die 515 ja wenn wir jetzt hier in dem bereich abdrehen aber wie gestern schon angekündigt der muss auch wirklich in dem bereich abdrehen dreht er nämlich hier nicht ab oder machten macht uns das verkaufssignal und konnte direkt ab dann gehört der trade ausgestoppt eine könnte weggeschmissen was das wird zu kriegt einfach zu schlechte wahrscheinlichkeiten dann wenn wir short signal kriegen und er konnte das direkt aus ist das eigentlich eine dominanz der käufer die wir dann im markt sind und das führt uns wieder zu 16 1 20 16 216 250 und dort liegt der focus oberes tagesband das ist für mich der focus der die 240 250 das ist für mich zielmarke für alles was hier nach oben jetzt raus geht ok von daher würde ich zu machen und ja wünsche euch was morgen tschüss